jo leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft bero 4 jo und wir joinen leute wir haben vor weil heute eine massenaufnahme müssen wir höchstwahrscheinlich auch ein fight haben also in der nächsten folge wollen wir oh ich habe mich in der dava ausgelockt oh scheiße oh scheiße wo bist du ich brenne und habe mich gelöscht so ok leute wir haben nämlich heute vor noch ein paar dias zu fahren und wir bauen uns darunter wo wir das letzte mal dachten wo flo wer weil vielleicht sind da ja noch irgendwelche andere lassen hat er gesagt das ist mit meinen gänge und dann würde ich sagen gehen wir doch hin oder ja ich habe ich habe mir jetzt ein wenig food besorgt habe jetzt zwölf hamelfleisch und sprachen wo jemand naja am sporn war haben welche gefaltet jan und so haben gefaltet gegen wen also flo hat nicht gefällt bei ihm hat es geleckt die haben tue waren gemachten jahren hat sie ist einfach eiskalt gerissen der tieristen grüß ja ich habe irgendwie ist momentan kann gerade nicht so gut sprechen ich habe jetzt zwei und zwei und zwei schicken ja spring strings und das wäre es halt okay ich bin mitte also dann lasst gucken wo das loch war am besten mache ich einmal meine sounds wieder an leute wartet immer so leise wenn ich skype mit dem skype und dann muss ich laut machen sollten sie wieder da warte ja moin kommt wir suchen jetzt erwarten wo war das wo war das mit mir an den gang ja okay dann lass da rein auch das nicht runter fällst du warte 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 gehen die andere ecke das ist doch einfach da lass es doch einfach da ja was jetzt kommt die zum bieten nein ich habe dich noch mal so jetzt baust lol alter was jetzt kill den mein gott alter nimm dein wasser jetzt mal weg da also ich bin jetzt da gerade nicht reingefallen natürlich ja moin alter ja moin alter alter wollte das denn lass mich mal vor du bist zu blöd nein du bist gerade so runtergefallen du du sagst ja ja guck zum dummer jungen gesagt fall nicht runter das hast du mir gesagt als ich ihm in der luft war intelligent sind wir aber im team inkompetent das haben wir mit ansage gesagt soviel kam ich war jedoch gar nicht ich habe mich ja dann wieder hochgebrochen die aus lol als alter ein fritter iron ich wollte einfach ein wenig iron ich will also wenn das 1800 ich schmeiße das eine chicken weg okay ich habe ich kann aber alle okay ich würde so warte okay ich würde sagen helm für dich oder hast du denn hast du den eisen hermeln geschmissen ja gut nimm noch ein wenig eisen mit für die schmerzen und so ich habe noch 28 eisen naja okay ich nehme es nicht ja ein wenig soll ich den helm machen keine ahnung ich habe acht dias acht jahres dann wird schon sagen gleich kultur ist sie mal kommen so 8 jahres okay da machen das denn wenn wir dann ja alles was die fahrgalt leute alter ich ich wollte mich einfach nur entlangst mein 13 stück hier müssen noch mehr sein bitte kommen noch irgendwie ein dir oder so also wenn es einer wäre dann hätten wir schon mal 22 hosen ach was hier schlaf ist fällt mir gerade mal auf wir brauchen noch lab ist dann hat mir gesagt fast unsere kiste geöffnet er war sich nur nicht sicher ob das die redstone kiste ist ich habe ihm gesagt das ist keine mann hätte es ja geil gewesen wenn unsere volle ausgelöst worden wer also zweimal okay noch mehr lab ist das ist gut weil wir haben gar nicht so viel wir müssen uns auch bessere bürgen machen ja lass ich habe 32 feile ich habe ich habe gestern wenig ausgefragt er hat nicht mehr als 20 feile da habe ich schon mal auf bloß 22 ja ich habe 32 wir machen noch ein paar wir können noch ein paar kraften ich habe noch zwei federn ich habe zwei federn ja genau dann haben wir noch brauchen auch vier flint dann haben wir schon wieder ein paar feile da haben wir schon 20 feile extra dann hat kriegen teilen wir die wieder alle auf wo haben die sich denn ausgelockt ich kann mal nachgucken in der gruppe ich glaube irgendjemand hatte das geschrieben weil er die irgendwie gesehen ich weiß es nicht ich schaue mal nach ich kann nachschauen bei minus 146 ok warte so ok ich habe die korts warte also falls es die sind ich tell sie dir einmal damit das funktioniert minus 146 höhe war 14 und dann waren die noch alter sind die weit weg 1612 ja ok aber heute ebenmaßen aufnahmen ja ja aber aufnahmen es heißt nicht dass es massenfeit ist ja aber locker sind wir schon ja sind auch die greats es sind sogar welche wir haben 13 die es noch das heißt wir können noch einen helm für dich machen haben wir fünf ab dann haben wir noch acht dann können wir noch zweimal schuhe alter wir machen helm für dich und zweimal schuhe stimmt da sind wir schon fast voll dir das geht auf ja keine 14 die ausgibt kann man herkommen ich mache das helm für dich für dich und zweimal schuhe zweimal schuhe hier warte und ein paar schuhe hier wollen wir wollen wir die entstanden stell auf ich wollte schon gerade sagen okay ich krieg nur ich krieg heute mein helm mein ach mein helm habe ich schon entschattet ok ja ist freust protection 2 kriege ich mal ein bisschen lappes ja protection 2 das ist nicht schlecht soll ich noch mal versuchen feier speck zu kriegen ich hab auch noch ganz viel alten von voll unnötig aber egal ich krieg nur schärfe drauf egal ich in schatten mir mal 1 zum kloppen alter wir haben so safe geworden weißt du was jan mir erzählt hat er hat mein video gesehen ich hätte einfach nur ich hätte einfach meine tier testplatte beim schaden auf schutz 2 schaden können ich bin dann so schnell drüber gegangen dass ich das nicht gemacht hat man schutz 1 richtig genial das war nicht richtig intelligenz man protection buch wir brauchen noch ein paar strings später ach du hast ein buch gemacht verbrennung verbrennung also mit schärfe drauf alles klar ja gg verbrennung 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 soll ich versuchen scharf 5 zu machen ne ne einfach erst mal so safety aber auf allen die arterien aber hör mal zu ihm das denn wenn ich jetzt ich habe jetzt schärfe auf meinem verbrennung das heißt wenn ich das drauf mache ist die schärfe umsonst gewesen auf dem schärfe aber das ist egal oder das denn hauptsache die verbrennung ok ich brauche 11 level ich brauche 11 level habe ich es 11 level 11 level hier ist noch heute bei der feier speck alter wir haben gewonnen bei der feier speck alter ist ja richtig geil und wir sind beide fast full diamant jetzt auf keinen fall aufs dummheit sterben das dann einfach dreiviertel die ja ja und weh seine mutter kommt noch mal rein zieht irgendwas bei die alle was ich habe gesagt wirklich angeschrien wie sonst man hat es glaube ich sogar noch minimal gehört so richtig so also noch einmal betitiert wir brauchen noch zweimal achter können oder sie mal köln aber selbst wenn wir sind gut vorbereitet ich war noch ein paar öfen ich brauche nur minimal also die folge war richtig produktiv hey fragen vor allem die leute die hier nicht gemeint haben die hätten sich nur ein zweiter bauen müssen hätten schon direkt die erst gefunden richtig stupid boys vor allem zweimal ne ja das ist halt richtig unlucky für die wie viel äpfel hast du ich habe was goldäpfel oder normale normale ein ja komm her ich kann noch einen gap machen und da haben wir beide drei richtig ich hab hier ja dann hast du vier nicht drei man ich brauche mehr level unser problem ist halt essen ja ich habe schon neun haben fleisch wieder für mich geht es gerade ich habe zwei chicken ein hammer vielleicht gebraten ist und ich bin fast jedes büro hinter eisendias deswegen habe ich immer gerne das eisen ab alter aus solchen gründen wenn es nicht mal ich bin endlich da ich den einen im weg hey wie viel level hast du drei ich war noch so minimal level dann habe ich meine es gibt es doch nicht wo irgendwie level lassen wir nether gehen lassen wir nether gehen kommt so lange wir noch produktiv sind wir haben aber bloß drei minuten noch scheiß drauf das ist schon mal gold 2 ja alles an gold dann gibt mir den eingeben haben wir machen gestern haben wir kommen jetzt bitte kommen ich möchte unbedingt mein mein feier ist wegschwert fertig kriegen vor der massenaufnahme falls wir nämlich attackiert werden wäre das gut wenn wir die haben ich könnte mir halt job 4 machen und feier respekt ja ich hab ja ich hab ja auch 19 level ja eben deswegen lasst uns doch sicher drehst rein zurück zurück da lang die sind beide und unter mir ab geh weg wo du unter mir ab ja du musst schon weg gehen ich helfe dir wenig mit dem upper ich freue mich jetzt ich freue mich mal weil lieber haben wir bei feier speck als nur einer feier speck und dann noch nicht mal beide job hier okay also unsere schwerter sind richtig stark ja das ist besser also du wirst nicht was was wissen was ich gemacht habe ich habe gerade lauer gesetzt junge hinterher kannst du aus während du diesen haus jetzt passt bitte auch weil bei dir weiß man ja nie wann du auskommst so okay ich gehe nether wir müssen zusammenbleiben in der massenaufnahme ja jetzt erstmal herauszukommen ich suche quaz wo ist eigentlich unser ambos dann habe ich dann kommt bitte nether genauso wie dem dings dann kommt bitte nether ich möchte es noch fertig ich habe mein wasser ich habe jetzt die elf level siehst du mich dann kann man bitte zu mir ja ich sehe dich also nether habe ich immer so wenig fp ist das liegt aber nur so okay schärfe und verbrennung schärfe und verbrennung schärfe viel verbrennung mache ich jetzt ne ja mach bauts geil alter aber im netter der massenaufnahme erst mal also wir bleiben hier okay wenn wir spawnen bleiben ist es macht ja wir gehen einfach sobald alle gejointed gehen raus aus dem netter und schnitzeln die nieder mit unseren schwertern lassen noch mal ein bisschen weg gehen und ja unsere rüstung ist echt gut ja damit sind wir besser als floh und so hast du auch protection 2 auf jeder ich habe noch überall ich habe meine chestblade aufgesehen vergessen einmal die hätte ich vorhin einmal auf die hätte ich in irgendeiner folge auf protection 2 inseln verzaubern können und ich habe aber 1 angeklickt aber egal wir haben keine bücher richtig oder haben wir noch zu haben noch sechs bücher dann lass versuchen noch für mich pro 2 zu kriegen also in den sekunden bringt das nichts mehr aber wir haben hier noch mal ein paar level hast du deinen schwerter schon umgedreht um zu gucken was du kriegst ja ich die sind vielleicht damit das bringt also ich habe schon probiert sagt okay so leute das war es mit der folge ja wenn es euch gefallen hat lasst eine positive wertung nach haut rein und schau so ist uns in der massenaufnahme